servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen folge der division hier bei mir auf dem kanal und um genau zu sein der division 2 wir haben noch ein bisschen fahndung offen da schauen wir mal kurz rein so und zwar die gute die steht hier noch ein bisschen aus da sie da müssen wir drei kontrollpunkte einnehmen ein kopfgeldeinsatz natürlich und einen rettungseinsatz durchführen und dann werden wir hoffentlich irgendwann mal hier mit stovepipe hier bekanntschaft machen 75 prozent haben wir ja erreicht sie ist sozusagen die letzte hürde die wir noch nehmen müssen wir sind mittlerweile hier in west end und da sind die kontrollpunkte und wir werden hier gleich mal mit dem hier anfangen und dann hier mal ein bisschen aufräumen ja also freunde es geht los der division 2 und wir spielen die fahndung in season 11 so so hunter sind unterwegs ja das höre ich jetzt aber nicht ganz so gerne ups anblick mal okay da tut sich schon was da ist ein kollege so da gehen wir mal hierhin er zeigt uns ja den rücken zum glück und da ist glaube ich der kontrollpunkt den müssen wir jetzt einnehmen und dazu werden wir aber erst mal die verstärkung rufen die eigentlich schon da ist so aber damit hier jeder auch weiß was er zu tun hat verstärker unterwegs so zack ich weiß noch was geschützt hier auf das auto okay der ist schon aus dem spiel ja da müssen wir aber ran okay das passt da versteckt sich noch einer im häuschen da hinten springen sie auch rum okay da will einer hoch aufs dach das werden wir aber zu verhindern wissen jo da ja so sehe ich das auch du bist erledigt aber was ist das hier für einer typisch italiener kommt zur schießerei mit messer oder wie oder was man 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 so im häuschen werden wohl welche noch sein ach du schande da hinten was treibt sich da hinten rum und da ist noch einer ich mach dich fertig ah ja das ist also deine sicht der dinge schwer gepasselter feind erkannt so da ist einer und er hier mit seiner axt da rennt hier auch rum wie ein wilder oh man von rechts kommt was soll sich drohne drum kümmern und weg ist er ach da oben springt wieder einer da haben wir einen tatsächlich übersehen na gut so da drin ist noch einer der uns böses tun möchte komm raus trau dich ja das ist doch mal echt ein tipp wer kann mich nicht sehen so komm hier links oder rechts so kommt runi oh von rechts kommt wieder was von rechts kommt was ah ja immer noch nicht jetzt so er springt da drin noch rum kontrollpunkt gesichert registriere zusätzliche feindkontakte ja natürlich wie soll der ist denn auch anders sein so wo ist die moon wo ist die moon die ist da hinten drin jep unser geschütz müssen wir zum einsatz bringen ich schlage hier vor da hinten springt der kollege rum und dann gehen wir mal ein bisschen ihm entgegen oh das schlimme an diesem maschinen hier ist ja dass das magazin immer so schnell leer ist da hat man sich gerade ein bisschen eingeschossen oh ja da kommen noch mal welche da werden die aber erstmal büschen auf den blick auf den blick auf den blick so ja 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 jetzt kommen sie von da hinten wieder dann aber erstmal hierher ich muss das kurz wechseln okay so springt der droni rum ja ist da hinten noch beschäftigt so wie ich sehe ja komm hoch komm hoch zeig dein köpfchen keine kugeln mehr so da kommt gleich einer um die ecke okay dann gehen wir mal da hinten in Deckung ja das sehe ich auch so ohne mich ohne mir ohne und überhaupt so ein bisschen hier einsammeln sehr gut da hätten wir ja schon den ersten teil erledigt den ersten protokoll äh kontrollpunkt ja der kollege möchte auch was auf den blick danke agent nachdem das vorratsproblem geklärt ist können wir andere aufgaben angehen das ist schön so jetzt müssen wir mal schauen hier gibt es moon 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 da geht es rein ach ne da kommt es raus da kommen die jungs hier raus dummdi dummdi dumm so da oben war noch was wenn ich mich richtig erinnere sehr schön so stimmt ja hier ist der vorratsraum gut okay jo eine exotische Komponente ist auch dabei sehr schön haben wir da nein da müssen wir noch auffüllen eine Granate so dann geht es mal wieder hier runter ja Ölstand ist immer gut immer gut wenn man den kontrolliert so was haben wir denn hier noch nicht mitgenommen okay und da hinten ist auch noch was sehr schön dann schauen wir mal wo der nächste Kontrollpunkt ist damit wir hier ein bisschen vorwärts kommen nehmen wir hier diese Propaganda-Sendung noch mit oder gehen wir hier direkt auf ach was ist denn hier los Territoriumskontrolle okay 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 aber so eine Propaganda-Sendung kann ja nie schaden dann mal los der Kollege ja das höre ich doch gerne dass mit mir ein Scheitern nicht mehr möglich ist manchmal scheitere ich eher an mir selbst dann mal los okay ja dann machen wir hier noch schnell einen Kopfgeldeinsatz okay können wir da irgendwo irgendwie schnell hinspringen dann können wir da hin ja manchmal müssen wir einfach ein bisschen flexibel auf die Ereignisse reagieren so oh danke so komm schon fertig ja klar natürlich wir haben ja hier kaum angefangen gibt es schon eine Päuschen so kaum da machen wir schon Päuschen viel in der Nähe so so da unten also äh äh ups 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 upsie upsie ja hm wie machen wir das jetzt am geschicktesten ne das geht nicht so da müsste man die doch da jetzt sehen können da ist noch einer da ist noch einer okay jetzt aber ist der Weg frei so wir bleiben hier oben er wird vermutlich da irgendwo da unten rumspringen ah ja er wieder hier selbstmörderische Absicht so wo ist denn eigentlich die Drohne okay jep dann dachte ich es mir doch äh zack 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 hier aufnehmen so so traut euch traut euch kommt auch es ist ein bisschen da kommt und da hinten ist auch einer klar leer das ist ihr ziel naja gut muss ja wohl so sein so jetzt haben wir wieder unsere raketen ist klar ich muss ein bisschen aufpassen die jungs kommen sonst hier so jaja das ist soweit schon richtig wenn man nicht den überblick verlieren so so da hinten läuft auch ist noch einer unterwegs mit einem bogen so diesmal aus der deckung naja nee das wird nüscht das wird nüscht sehr gut wieder einer weniger gute arbeit agent ja gerne augenblick da geht's durch so das gute material hier aufsammeln ich hoffe ihr habt was gutes für mich liegt auch jetzt material das gefällt mir gut ach da hat er sich dahinten versteckt okay so dann wollen wir jetzt wieder zu unserem kontrollpunkt kommen aufs kärzchen kärzchen auch der kombo nehmen wir doch den hier sehr gut dann nehmen wir doch den hier sehr schön der nächste kontrollpunkt ist fällig würde ich sagen ähm äh ja hier okay da unten knallt es wieder da hinten ist auch noch einer da hinten ist auch noch einer und da springt noch einer rum äh so jetzt aber zügig 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 hier zum kontrollpunkt und überall dampft es aus der kanalisation so aha durch die zerrohle gasse muss wohl kommen es führt kein anderer weg zum kontrollpunkt bedrohliche feindliche patrouille entdeckt ach was dann werden wir uns erstmal hier so okay da springt auch ein kollege von uns rum so ah ja okay jetzt ist klar wo wir sind so da wollen wir doch schauen dass die patrouille noch ein bisschen hier bleibt so so ah da hinten springt da einer rum der will beschäftigt werden ach ach war es der kollege nee 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 so unsere verbündeten sind im anmarsch das ist gut will ja nicht wieder hier alles alleine machen müssen so jetzt schauen wir mal da springt auch einer wieder rum ein unverbesserlicher ja wirklich das ist doch jetzt echt mal eine maßnahme feuer eröffnen was haben wir da okay so dann gehen wir mal hier rüber na ach von da hinten kommt jetzt auch wieder was oder wie oder wer so dann schauen wir mal dass wir er hier so okay 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 ja das beschützt morginet dead morginet so was ist mit dem rechten ist das schon leer geschossen so ein bisschen deckungsfeuer hier vom geschütz das wäre nicht verkehrt hier zum beispiel okay den hat's erwischt also den wird's gleich erwischen so und das was da links passiert ist ein bisschen hinter uns das ist gut so da haben wir nochmal was ah da müsste so ein kollege hier direkt vor uns rumlaufen da ist er ah und er hier auch mal weg ah jetzt haben wir keine neuen mehr man 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 den nageln wir an die wand und den machen ja uh jetzt müssen wir mal schauen ah da kommen noch mehr da kommen noch mehr ja da war's doch irgendwann doch ganz gut gut so die drohne die drohne so wie steht's denn da wie steht's denn da irgendwo ist da noch jetzt kommen sie doch wieder von rechts ja wir brauchen munition wir müssen glaube ich in die hüte rein so wo ist die moon wo ist die moon hier dann erstmal wieder raus hier und versuchen über die flanke anzugreifen ah was ok so irgendwo da ist noch einer ja da kommen sie sehr schön der kommt auch zur party sehr gut dann sind wir ja bald vollzählig so so die ratten verlassen das sinkende Schiff nicht erkannt ah hinter mir wieder aufpassen da kommen sie Freunde auf geht's so geschützt ist leer das geschützt ist leer wir wollen nicht umgehen wir wollen nicht umgehen wir wollen nicht umgehen dann wird's umdrehen das muss hier irgendwo sein so wie sieht's denn aus gehört uns der Kontrollpunkt sehr gut das ist doch schön und wir haben nicht einmal ins Gras gebissen das ist doch jetzt echt mal ein kleiner Fortschritt und der Kollege hier ist immer noch unterwegs und der ist eine Frau ok ok mit der Axt mit dem Beil kann sein dass sie von der Feuerwehr ist so dann ist es so ein bisschen ein Reflex ok sehr schön zweiter Kontrollpunkt zwei Kontrollpunkte von drei haben wir eingenommen das ist doch wirklich herz aller liebst wir drehen uns um und ich darf mich recht herzlich bei euch bedanken für diese Folge für das Zusehen für euer Interesse wir machen dann gleich weiter mit dem nächsten Video und dann geht's noch den nächsten Kontrollpunkt einzunehmen und den Rettungseinsatz durchzuführen ich würde mich freuen wenn ihr dann wieder einschaltet mit dabei seid ich sage recht herzlichen Dank Tschüss Ciao Cheerio und bis zum nächsten Mal hier bei mir auf dem Kanal und The Division 2 Gott, Wachdienst ist langweilig Hat er auch gehofft, dass es nichts ist hier bei mir auf dem Kanal und dann geht's mit dem Kanal auf dem Kanal